Hallo zusammen, ich bin Nils Kaufmann im dritten Lehrjahr hier bei Hofmann Neopack AG und heute möchte ich euch meinen Berufsalltag ein wenig näher vorstellen. Kommt doch mal mit! Die Lehre bei Hofmann Neopack AG ist sehr abwechslungsreich. Du wechselst jedes halbe Jahr die Abteilung. In jeder Abteilung machst du etwas anderes und das wird dir nie langweilig. Ich arbeite am Empfang und begrüsse dort die Kunden. Wichtig ist, dass sie unsere Hygiene- und Sicherheitsvorschriften durchlesen. Sie müssen sich auch eintragen und wieder austragen, wenn sie gehen. Ich verschicke einen Mustertauben. Der Kunde schaut dich dann an. Er liest dann die aus, die ihm am besten gefällt und bestellt dich. Es ist wichtig, dass du auch gut organisiert bist und so den Überblick über diverse Arbeiten gleichzeitig behalten kannst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.